Halli Hallöche meine Freunde und damit herzlich Willkommen zurück zu Hitman 3 so wo soll denn das besagte malerische route die besagte malerische route sein irgendwo da hinten wir können uns ja in dieser position in der wir uns jetzt befinden beziehungsweise in dieser verkleidung können wir uns ja relativ gut bewegen da ist noch ein Fleck ja ok nehmen Schild Anti-Rutsch-Gefahr mal ein bisschen da rauchen aber Leute naja gut ich versuch's trotzdem mal sehen die ja nicht unbedingt zoomen was ist ausrichten y und x Feldtiefe hä ich möchte scannen wie wie kann ich hä ok so kann ich nicht scannen ok pass mal auf ich speichere hier mal ganz kurz Entschuldigung und dann versuche ich einfach mal zwei tote zwei die nicht dazugehören naja gut ein gewisser schwund ist immer also ich wusste nicht was passiert von dem her aber das war ganz gut so darf ich mal tschüss tschüss ja macht ihr auch die tür zu hallo es gibt sonst durchzug wenn es Fenster oben ist ja hat jetzt niemand gestört dass wir dass wir das Fenster aufmachen finde ich gut schick al ghazale ist reaching out to his worldwide network of lawyers and financial contacts attempting to restore the lost power base of the providence partners if ingram and stuyvesant were asked to a meeting thinking of the total of new developments i suspect the jump at the chance there's a lounge area at the top of the building it can be sealed off for private conversations if we lure the targets there they'll be trapped ach das hier ist also die malerische route ne alter schwede hängen ok hat uns zum glück keiner gesehen so schnell rein untersuchen untertauchen als hausmeister was soll ich machen weiß ich nicht oder als chef bleiben hier eigentlich dürfen die überall hin oder ach ja ich habe ja mit strg kann ich ja stimmt was ist denn nicht was ist denn wieder hinstehen 8c ok hoch ich habe die kamera noch in der hand wir nehmen mal die münze hat er jetzt die ganze zeit die münze in er hat die ganze zeit die münze in der hand naja gut die trich finden sie den server raum schloss knacken fehlt ja kommen ach das sind die sachen die man haben könnte ja ok man hat sie aber nicht ist nicht schlimm oder ich lauf trotzdem mal hier vorbei finden sie den server raum storage und server was labert er ja den nehme ich gern den hammer der nuschelt da vor sich hin den könnten wir jetzt umhauen na aber ja ich versuche so wenig wie möglich zivilisten nichts tust du nein halt oh verkleiden ja gut idee der darf da wahrscheinlich rein ok muss mir das dann die tassen gewöhnen ok körper versteckt der ist auch nicht der ist jetzt auch nicht das war das war eine reaktion clean repair terminal locked benutzen aktivieren sie die manuelle überbrückungsprozedur ja und wie ich muss eins der wrecks sabotieren ja wo denn öffnen geht nicht ich hab nichts ja und jetzt das macht spaß bewusstloser zeuge der hammer ist geil der gefällt mir so verkleiden jetzt immer wieder so einer ok ich nehme halt den hammer aus der hand ok so verstecken hey das zeigt mir an da wäre einer wahrscheinlich unter uns ich schau mal ja muss ich mich tatsächlich in einem schrank drin verstecken körper wurde gefunden mhm Rot, einer mit den roten, mit der roten Mütze, das ist ein spezieller. Okay, Informationen einsehen, so. Störenfried, laut dem Personal verlangt Ingram Ruhe und Frieden während er arbeitet. Staubsauger oder Radios dürfen also nicht angestellt werden. Störenfried wartet auf Ersatz für seinen derzeitigen Leibwächter. Wenn man ihn aufspürt, sollte man nah genug an den kleinen Wurm herankommen können, um ihn den Hals umzudrehen. Konfrontation, Grey ist entschlossen, den Partner zu stellen. Ja, ich weiß aber nicht, wo der ist. Ja, was denn jetzt? Ingram oder Stewie? Wir sind. Ach, das sind Informationen, die wir wissen. Ah, okay. Unsicherheit. Wie die Mächtigen fallen. Aufgewissert. Und sind das System zu hacken. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss mich tatsächlich irgendwo verstecken. Hm. Ja gut, dann schaue ich mal, ob ich mich hier irgendwo in einen Schrank verkrümeln kann. Was haben wir hier? Security Room. Nehmen, Penthouse-Schlüsselkarte. Danke. Warum nicht? Was haben wir hier? Interagieren, Tastenfeld. Hey, wer bist du? Hä? Ich spreche mit dir, Sir. Oh, shit. Steine unten, oder ich werde dich enden. Okay. Ich finde nicht, um ihn zu holen, Pal. Wer denkst du, du bist, Mann? Kommen, komm, komm! Oh, shit. Jetzt müssen wir uns wirklich verstecken. Hier, hier, hier. Scheiße. Oh. Okay, das war... ...schwierig. Hm. Kompromittiert. ...gesehen worden und die suchen nach uns. Das heißt, wir müssten uns verkleiden. Da sind zwei, da hinten ist einer. Der ist in dem Raum allein, oder? Okay, ich geh mal raus. Der war hier gerade alleine. Jetzt kommt der hierher. Ein blauer Helm. War nicht meins. Ja, ja, ja. Geh mal. Mhm. Oh. Ähm. Ne, ich will den eigentlich... ...nicht unbedingt... ...na, egal. Naja. So, wir verkleiden uns einmal. Und... ...äh... ...hier rein. Okay. So, die nehmen. Münze nehmen. Sicherheitsschlüssel nehmen. Beschaffen Sie eine Serverraum-Schlüssel-Karte. Habe ich nicht. Darf ich hier rein? Überall? Ah ja. Hier darf ich rein. So, wie komme ich nach oben? Hier durch, ne? Da sind wir schon mal durchgelaufen. Ja. Aber ob es hier nach oben geht? Hm. Sieht eher nicht so aus. Sehe ich das eigentlich? Ne, sehe ich nicht. Ja, auf der Höhe ungefähr. Was ist denn das da? Ein riesiges Licht, oder was? Krass. Viele Leute. Aber keine Treppe. Das ist wohl hier die... ...die Show-Installation überall. Beschaffen Sie eine Serverraum-Schlüssel-Karte. Wo geht's bitte nach oben? Ach, hier geht's hoch. Sehr gut. So. Finde ich gut, dass die mich jetzt nicht mehr kennen. 63 Meter in diese Richtung. Oh. Eine Brechstange. Sehr gut, die nehme ich gerne. Und... Ja. Hier geht's nicht weiter. Und hier geht's auch nicht mehr runter. So viele Gelegenheiten. Leute aus dem Weg zu räumen. Ähm. Kann ich Aufzug fahren? Ja, ich muss nur... Code-Karten-Lese-Gerät. Ach ja. Haben wir ja. Stimmt. Unbefugtes Betreten. Naja, egal. Darf ich hier nicht sein? Oh nein, hier dürfen nur die Roten sein. Okay. Tja. 37 Meter. Ja. Ich hab doch jetzt ne... Ich bin doch schon drin. Serverraum, Schlüsselkarte. Ja, verdammt. Wartungspersonal. Vielleicht eher... Ich glaub, so kann ich vielleicht eher... Oder... War hier... Event-Wachmann. Nee. Darf ich hier als... Wartungspersonal? Huch. Der schießt. Okay. Ich muss den wohl. ein verbotenes Objekt. Ich glaube, ich schmeiße ihm lieber einen Hammer in den Kopf. Ich weiß nicht, was das so tut. Aber ich gehe lieber schnell weiter. So ist diese blöde Schlüsselkarte. Der hat die. So, einmal. Schlüsselkarte. Ihn legen wir mal hier hin. Der schläft. Ah, gut, wir hätten ihn auch da reintun können. Hä? Einfach drum rum laufen. Mann, das ist ja furchtbar hier. Da kannst du nichts machen. Stellen. Ich muss da irgendjemand dazwischen funken. Unfassbar. So, dann nehmen wir den auch mit. Den Müll mal ein bisschen hier beseitigen. Oh, komm rein mit dir. Kannst du deiner Freundin... Wir können damit sie quatschen. Gut. Ach man, kompromittiert. Das ist natürlich echt kacke. Die wissen, dass da... Irgendwas... Was ist das? Hausmeisterschlüssel. Die wissen, dass da irgendwas los ist. So, Terminal benutzen. Nein, hier. Ah, hier. Huch. So, öffnen. Code-Karten-Lese-Gerät. Aber das, meine Freunde... Machen wir dann morgen. Wenn's wieder heißt, time to play. Hier bei Hitman 3. Bis dahin macht's mir gut. Boah, der durchdringende Blick. Kriegt man ja Angst. Bis dahin. Ciao.